Hallo und herzlich willkommen zurück zu Just Die Already, wo wir gerade probieren, Sturm zu werden aus dem Spiel. Ja, um einen neuen Spiel zu gewinnen. Hallo, Hühnchen. Hühnchen, Hühnchen, Hühnchen. Ich liebe Hühnchen. Ich liebe auch Hühnchen. Hühnchen. Oh, okay. Geschafft ein Fußball und welche Bälle? Äh, kommen wir nicht rein. Okay, eins, zwei, drei. Eine Hüpfle Ente. Eine Hüpfle Ente. Ich bin sehr, sehr dick. Ja, und auch. Oh Gott, ich bin sehr, sehr dick. Ja, weil du gattest. Du warst vorhin noch dünn. Ja, aber ich habe zu viele Äpfel gegessen. Backshaming, das geht nicht. Klang dir das. Ey, hier bist du wieder dünn. Ich bin jetzt wieder dünn. Wenn du noch mal. Das ist so richtig, mein Schatz. Da ist eine Hüpfle Ente. Ich weiß nicht, warum ich eigentlich Äpfel einsammeln muss. Ich habe keine Ahnung. Beide Teams benötigen Spieler. Oh, du hast doch keinen Spieler ausgewählt. Wie kann ich denn hier Spieler auswählen? Tab. Und dann deinen Spieler auswählen. Doch, ich habe ja. Ich habe keine Ahnung. Wer du gerade wisst. Was war? Bist du mal Aldi? Was? Oder Tanki-Chiller? Ja, ich bin Aldi. Geil. Nee, du bist Tanki-Hu. Man kann die Enden schießen. Man kann die Enden schießen machen. Juhu. Oder kann man hier anbauen? Nee, okay. Abschießen kann man die nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich mache. Okay. Wie geht es sich darum, mich zu töten? Ich weiß. Ich habe noch kein Spiel. Ich habe eine Spitzsacke. Ich weiß auch nicht. Ich weiß, wir sollen hier irgendwie Äpfel essen, aber... Muss ich die Schafe umbringen? Ach, ja. Hä? Äpfel-Picker. Ach, achso, ich muss jagen. Ich muss die Schafe umbringen. Okay. Pro 60 Äpfel, ich muss sie dreimal umbringen. Oder wie? Ich habe keine Ahnung. Ich habe eine Person. O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Wo ist er denn? ist er denn in den seitdem die Opa die Opa ist und ich meine Herzen macht das gleich wie bei mir mit Hallo da kann ich bei der Arten wenn sie eine Herztabletten Opa sind sie hier das ist eine rolle kugel genau das sag mal zu ich mach wieder aus dir eine rolle kugel da geht das nicht wieder heilen ja mein gott ich bin doch schon tot ich habe endlich einmal umgebracht mit dem mit 30 minuten der gewollt ist noch mal hey hat den ersten hilfekasten wiedergefunden Opa hat die Gäste wieder gefunden Oha! Dieser Opa! Dieser Opa, ja! Opa hat sich so eine Rolle guckt! Nein! Mach mir her, du möchtest dich nicht umbringen! Vorsicht zerbricht dich! Na, hat er sich wieder geheilt? Der Trick sagt, komm hier jetzt her! Oh, komm her! Juhu! Jihau! Das ist wirklich gut, das ist wirklich gut! Was? Opa ist jetzt eine Rolle im Kugel! Opa ist wieder eine Rolle im Kugel hier! Ja! Opa! Heil dich nicht! Da auf dich immer zu heilen! Der kann furzen! Hallo! Hallo! Steh auf! Wer kann dir besser furzen? Wenn der dich umdreht! Hat er sich wieder geheilt? Hat er sich wieder geheilt? Opa! Das ist gut! Nein! Komm hier endlich her! Das bringt doch nichts, wenn du mich verfolgst! Nein! Oh! Oh! Dein Bein läuft ohne nicht weiter! Tschüss Bein! Oh Gott, ich muss dich noch einmal umbringen! Ja, wie ist das? Oh! Ne, weil die Körperteilung... Ach, Pipi ne Augen, weil Emily gerade so gelacht hat! Komm her! Vetter Opa! Vetter Opa! Los! Tote ihn! Wo war's jetzt? Das ist eigentlich nicht wirklich ein Spiel für dich, Emily! Aber du musst den ganzen Tag lachen! Nein! Sehr cool! Er hat dich... Er hat dich vom Kuppere! Ich habe die Beine! Ich habe die Beine! Er hat gesetzt hier! Ich kann dich nicht! Oh! Er hat's geschafft! Hey! 3 zu 9! Oh Gott! Ah! Kann man hier nicht irgendwie rausgehen? Spring-Arena! Äh, können wir bitte... Spring-Arena? Da! Ich will dich da! Ich will sie wieder beitöten! Ja! Oh, Gottes Namen! Ich habe schon lange nicht mehr so lachen müssen! Yay! Okay! Ich habe keine Ahnung! Hoppla! 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 Oh! Hilfste Katzen! Hä? 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 Du bist in die... Äh! Wie kommt man denn... Da rauf! Ich habe keine Ahnung! Äh! Oh! Ich bin schon tot! Sehr schön! Ah! Ich bin schon tot! Ich bin schon tot! Ich bin schon tot! Der ist der Hilfe-Kasten! Nein! Du darfst nicht... Du darfst nicht... Du darfst nicht in den Laser! Ja! Du warst in den Laser! Ich war in den Laser, ja! Ja! Ich habe einen Helm! Ja! Ja! Toll! Nein! Er schießt schon wieder auf mich! Hä? Geh weg! Geh weg! Geh weg! Nein! Nein! Mein Arm fehlt! Meine Beine fehlen! Hahaha! Ich kann nichts mehr nehmen! Hahaha! Hallo! Nimm den! Nimm den! Loh! Nimm den! Hahaha! Wenn du dir doch ein Arm aufbrechst... Okay! Ich... Also gerne ein Arm aufhärme, etwas zu greifen! Weil du doch einmal dich den Arm anbringen! Oh! Ja, ja, ja! Das müssen wir nehmen! Ha! Dankeschön! Hau ab! Hahaha! Rass uns echt gegen! Warum kriegst du gar keine Waffe? Das ist voll gemein! Er hat ganz viele Knarren und ich nicht! Ich krieg nur noch so scheiß Anker! Ja! Was soll ich damit? Aua! Ich habe mir einen Tinter geschossen! Hahaha! Das ist das! Kann ich das mitnehmen? Hä? Hoppla! Ah! Was hast du da? Eine Pistole! Haha! Ich habe eine Pistole! Ich habe eine Pistole! Das brauchst du! Krieg! Du brauchst die ersten Hilfe Kasten! Du brauchst die ersten Hilfe Kasten! Oh nein! Nimm die ersten Hilfe Kasten! Wofslöre! Oh nein! Oh vaja! Juh! Juh! Arka? Juh! Juhh! Das ist ein wenig, mal so so lustig! Ja! Juhh! im arsch geschossen er sagt drück e drück e er ist nicht zu schießen nein ey du hast uns ge... er pupscht als Hieb oh Gott, das Bier ist echt zu böse aber ich mag es ja, nice gut gekoffen und kill, das gilt jetzt nicht der da ist doch komm her, fett schweite Backe pass auf auf die Laser und pass auf auf die Laser vierte Runde ja, nice okay, das Stadtzentrum wieder oder alle für die Halle? ok nein hey, auf auf mich zu schießen das Spiel ist doch vorbei ich hab den Kopf abgeschossen jetzt kann er gar nicht aber wenn du danach nicht gut schlafen kannst, dann weiß ich auch nicht oh, wir haben... ok ich weiß nicht ob die niederne besser sind oder... oder die orangenen... was ist das? eine Pistole! eine Pistole? bist du sicher? ja was ist das denn? oh geil, ich bin Sailor Moon ich kann... ich kann... ich kann pinke Laser machen... ich kann Glitzer streuen... wo ist er hin? ach, hol ab... der versteckt sich irgendwo... mhm... was? mhm... was? mhm... was? mhm... was? mhm... was? mhm... ich hör ihn... mhm... ich bin ganz in der Nähe... mhm... das gelb in sich drauf... mhm... mhm... er versteckt sich irgendwo... mhm... er versteckt sich irgendwo... mhm... mhm... er... er darfst du nicht... ach so... du bist tot... ja... mhm... ach so... geht doch weiter... ach so... geht doch weiter... mhm... höchste... Kasten... und da bist du runter gerollt... ahhh... waa... und elektroohrfeige... haha... Hüah... Kasten... Kastenil... waaah... auch laut der Gast bei die nächste Schrein Prozent die ein ein sein so sehr er ist es nur wieder aus er ist es zu spielen oder wir könnten hier 3 der Klin ja los die geben wir einen ballon die doch irgendwas das ist der fliegende opa schon wieder ja nein ich hätte rüber sprühen muss ich bin untergefallen aber mein gold nein nicht immer wieder runter ist ein kleiner pirat ja und wieder doch nach haus ich habe jetzt ein feuerlöscher jetzt kann sich ein rober schleudern ja 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 jetzt habe ich mir jetzt ein fliegende opa ist feuer ich habe keine ahnung was ich betreibe das ist ja nicht los ja ich bin um ok irgendwas hängt hier unten dran hier oben sind bälle kann ohne diese bananenkanone Das war es heute auch schon wieder. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao.